Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal BioXI. Hier mache ich euch fit für die kommenden Prüfungen. Und heute wollen wir ein sehr interessantes Konzept behandeln. Viel Spaß damit und los geht's. Ein wichtiges Thema ist wieder im Bereich Strukturen und Funktionen auf der Systemebene der Zellen. Und es geht um die Zellspezialisierung und zwar insbesondere heute um die Stammzellen. Und da gibt es ja nun verschiedene und die wollen wir heute mal ein bisschen genauer betrachten. Wie ihr wisst, die Befruchtung findet statt, es entsteht die Zygote und das ist schon die erste Stammzelle. Und die teilt sich dann durch Mythose und es entstehen weitere Stammzellen, die sich dann zu spezialisierten Zellen differenzieren können. Und diese Differenzierung ist eben ein grundlegender Prozess während dieser Embryonalentwicklung. Wir merken uns also, Stammzellen sind unspezialisierte Zellen, die in der Lage sind, sich unendlich zu teilen. Diese unendliche Teilung nennen wir Proliferation. Und sich dann in verschiedene Zelltypen zu differenzieren. Das Ganze ist möglich, weil in der Genexpression eben nur bestimmte Abschnitte der DNA expressiert, also ausgedrückt werden, wie hier zum Beispiel dieser Abschnitt, führt dann eben dazu, dass diese typische Zelle gebildet wird, weil die Proteine, die für diese Zelle notwendig sind, nur von diesem Genabschnitt abgelesen und dann auch übersetzt werden. Transkription, Translation sind ja die beiden Teilprozesse der Proteinsynthese. Und daraus können dann eben zum Beispiel, wie hier die 1, die Kleinhirnkörnerzellen oder die Rhythrozyten mit der Nummer 2 oder auch die inaktive Form von T-Lymphozyten. Und ihr seht schon, die sind eben unterschiedlich groß. Und bei dieser inaktivierten T-Lymphozyt-Zelle, die wird, wenn sie aktiviert wird, dann sogar noch auf die dreifache Größe vergrößert. Wenn wir einmal bei Größen sind, diese sind also relativ kleine Zellen. Die größte Zelle ist die Eizelle. Da passen also diese 30 Mikrometer großen Zellen mehrfach rein. Und die längste Zelle ist tatsächlich der Ischiasnerv, der bis zu 1,20 Meter lang werden kann. Wenn wir über Stammzellen sprechen, dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass es unterschiedliche Arten gibt. Man spricht von totipotenten Zellen. Als Beispiel ist das befruchtete Ei, also die Zygote, zu nennen, die sich eben zu einem vollständigen Individuum entwickeln kann. Dann haben wir pluripotente Zellen. Das sind diese embryonalen Stammzellen, die aus dem inneren Zellhaufen, also aus der Blastozyste, entstanden sind und sich in über 200 Zellarten des menschlichen Körpers entwickeln können. Zum Beispiel Herz, Lungen, Haut und Nervenzellen. Und dann haben wir die multipotenten Stammzellen, die sich eben nur in ganz bestimmte Zellen differenzieren können, wie zum Beispiel Blutzellen. Dazu kommen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer. Da gibt es nämlich die sogenannten Stammzellen-Nischen, die man also in erwachsenen Organismen findet. Und diese beherbergen diese schon benannten multipotenten Stammzellen. Und da gibt es zum Beispiel welche, die im Knochenmark liegen, die dann sich in neue Blutzellen differenzieren können. Oder es gibt eben auch diese Stammzellen der Haarfollikel, aus denen dann neue Haarzellen herauswachsen und so bestimmte Haare nachwachsen können, beziehungsweise überhaupt wachsen. Wir merken uns wiederum, Stammzellen-Nischen beherbergen Stammzellen, regulieren deren Funktionen und kontrollieren die Teilung und Differenzierung dieser. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt auch wieder was gelernt und fühlt euch ein bisschen sicherer mit dem Stoff. Insbesondere die Keywords solltet ihr beachten und versuchen mit wenig auswendig Lernen den größtmöglichen Erfolg zu haben. Und dabei helfe ich euch auch mit den nächsten Videos. Schaut ruhig wieder rein. Bis dahin, ganz liebe Grüße, Tschüss, euer Exi. Musik Musik Musik